Es ist sein erster großer Tag. Vergangenen Freitag wird Prinz Gabriel von Schweden getauft und legt seinen ersten Auftritt hin. Kurz zuvor sind auf Schloss Trottningholm noch die offiziellen Tauffotos geschossen worden. Die hat das Königshaus nun veröffentlicht. Und darauf stiehlt der Mini-Prinz mit seinen kleinen Gesten allen die Show. Selig kuschelt Gabriel auf dem Arm seiner Mama Sophia. Ja, auf diesem Foto gemeinsam mit Papa Prinz Karl Philipp und Bruder Alexander blickt der kleine Mann neugierig nach oben. Doch der ganze Trubel ist natürlich auch anstrengend. Deshalb kann sich der Prinz ein Gähnen auf diesem Bild gemeinsam mit seinen Großeltern nicht verkneifen. Beim Posieren mit seinen fünf Taufpaten nuckelt der drei Monate alte Spross dann an seinem Daumen. So niedlich. Und schließlich scheint Gabriel eingeschlafen zu sein, als das Foto von seinen Eltern gemeinsam mit deren Schwestern geschossen wird. Diese Fotos anlässlich der Taufe von Prinz Gabriel sind einfach nur super süß. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Aufnahmen des jüngsten Bernadotte Spross. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.